Man trifft hier wunderbare, unterschiedliche Unternehmer. Es gibt spirituelle Unternehmer, Unternehmer aus dem Marketing, Unternehmer aus dem Coaching-Bereich. Und das Tolle ist, dass man mit diesen Menschen, die auch bekannter sind, ganz bodenständig sprechen kann. Dass die alle sehr bodenständig sind und man sehr, sehr viel von ihnen lernen kann, auch von den Speakern, dass die auch sehr vielseitig sind und einige Tipps raushauen, einige Angebote, die man so nicht kriegt. Ich kann es allen Unternehmern empfehlen, die sich für Marketing interessieren, die sich netzwerken wollen und die über sich hinaus wachsen wollen.